Ich denke am Dienstag, oder ist es heute Dienstag? Wie ist es denn, gell? Ja, heute am Dienstag. Jawohl. Und Entschuldigung, wenn ich gerade gerate, immer mit meinem Bruder machen am Morgen, weil mein Bruder weckt mich immer, weil er will, er weiß das Tokaboka-Geschenk. Die Katze wäre süß. Mach auf, Juri. Mach auf. Ich gebe dir das, Juri, okay? Dein neues Plüsch dir. Warte, ich muss es mir zuerst geben. Du bist Geschenk? Keine mehr. Man kann nur einmal holen, Geschenk. Juri, was hast du gemacht mit meinem Haus? Mein schönes Haus. Nein. Du musst das einmal. Genau. Gut. Also, Juri hat glaub genug Plüschtiere an mich, doch und ich gibt's Luisa. Juri, weg. Das kann ich. Okay, wir haben jetzt eine... Fatsche, ich brauche eine Kiste dafür. Wir haben viel zu viel. Ich mach sie einfach da rein. Hier kommen alle Plüschtiere rein. Von Luisa und Juri. Aber es darf nur ein Plüschtier auf dem Bett sein. Sonst keins. Okay, gut. Fertig. Tschüss. Sag auch Tschüss. Tschüss. Tschüss.